Die DBLDW Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub. Kürzer als seine Halbzeit, aber länger als es gebraucht hat, Fabio Schaub davon zu überzeugen, auch diesmal über das Nationalteam zu reden. Wahnsinn. Servus, Peter. Ja, hallo, Fabio. Nicht hallo an den Thomas. Es ist total schwierig für uns, wenn der Thomas nicht da sitzt bei der Forscher, diesen Anfangsschmäh zu machen. Wir sind jetzt wirklich ungefähr 37 Minuten Tag. Was machen wir? Und dann habe ich ganz spontan, obwohl wir uns was anderes ausgemacht haben, mich dafür entschieden, dich darauf ein bisschen zu necken, weil du ja nicht so gerne Nationalteam-Zeiten begehst. Es ist wie immer einer deiner sieben Lieblingstage die Woche. Es ist heute was für einer nochmal? Donnerstag! Es sind übrigens alle Tage, die mit Tag und Mittwoch. Also alle, die mit Tag enden und Mittwoch sind schön. Und Mittwoch sind schön. Ah ja, alles klar. Und da hinzu kommt aber, dass wir ein Schaltjahr haben plus wir haben eine meiner zwölf Lieblingsmonate. Sensationell. Ja, jedenfalls sitzen wir zwei heute da. Mir kommt Volk mit dir schon lange nicht mehr eine Vorschau gemacht. Oder vielleicht dann noch nie. Ich glaube, wir haben noch nie zu zweit. Ah, das ist eine Premiere! Sensationell. Mittlerweile Sky. Das ist ein Sky? Also, das muss ja jetzt anders. Es ist jetzt bei großen Filmfestspielen nicht mehr die Filmpremiere, sondern Film Sky. Der Sky-Film, ja genau. Ich bin kein Vorschau-Experte, aber wir haben da glaube ich nur 20 Minuten, deswegen sollten wir mal den Fahrplan durchgehen. Ja, wir machen ein Update. Da geht es ums kommende Nationalteam-Spiel am Samstag gegen die Slowakei. Und dann haben wir das ganze Auge mit vier Fragen und vier Antworten. Und dann haben wir einen Alumni, Alumnus, Alumni, ich habe es vergessen, den wir versucht haben tatsächlich telefonisch zu erreichen. Aber das ist uns nicht geglückt in dieser Schnelle. Vielleicht können wir das noch nachreichen. Und das war es dann auch schon. Ja, und den DBLDW-WW-Link. Ah ja, den haben wir auch. Natürlich. Start mal rein. Das DBLDW-Update. Gibt bekannt, dass diesen Samstag, 23.03.2024, das österreichische Nationalteam im wunderschönen Bratislava auf die slowakische Fußball-Auswahl trifft. Der Trainer der Slowaken hört auf den Namen, Francesco Calzona, ist dort seit 2022 tätig und ist seit Februar. Was außerdem? Keine Ahnung. Richtig. Der Übungsleiter des SRSG Napoli. Die sind ja ganz gut darin, in dieser Saison Trainer auszutauschen. Sie sind letztes Jahr Meister geworden und waren so genial und dann auf einmal, zack, geht nichts mehr. Der erste Verein, die Meister wurden und im Folgejahr drei verschiedene oder vier, drei oder vier Trainer an der Seitenlinie hatten oder haben. Also sehr kurios. Ja, ich meine, das ist schon wirklich überraschend. Aber sie haben tatsächlich jetzt den slowakischen Teamtrainer auch an ihrer Seitenlinie, allerdings nur fix bis Sommer, weil dann muss er sich ja natürlich auf die Euro vorbereiten. Es ist tatsächlich so, dass Spalletti dort ging, dann kam Garcia, Rudi Garcia, dann war da zwischen Walter Mazzari in seiner zweiten Abzettivung, das ist ja kurz wert. Und jetzt kam eben Francesco Calzona. So, es gibt dann auch einen weiteren Spieler bei Napoli, wenn wir schon dabei sind, der Slowake ist. Es handelt sich hierbei um Stanislav Lobotka, der zieht dort im defensiven Mittelfeld die Fäden, schreibt die Austria-Presseagentur kurz APA. Dann gibt es noch den, und die sind, also es heißt so in diesem Artikel, dass die Slowaken hinten am besten sind. Es gibt noch den David Hanschko von Fehrn und Rotterdam. Und es gibt vor allem sowas wie einen David Alaba, nämlich Milan Skrinia, 29-jähriger Innenverteidiger, hatte eine Knöchel-OP, spielt eigentlich bei PSG seit Sommer und davor lange bei Inter Mailand. Bei dem schaut es halt so aus, als könnte er bei der Euro dabei sein. Was ist interessant? Richtig, wenn wir nämlich Zweiter wären und die auch Zweiter wären, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dann ist es glaube ich fix, genau. Es schließen beide Teams ihre Gruppe auf Rang 2 ab, wäre der Testspiel-Kontrahent von Bratislava im 1. Juli in Düsseldorf auch Österreichs Gegner im EM-Achtelfinale richtig. Wir freuen uns alle schon sehr darauf. Und das wäre auch das erste Mal, dass Österreich und Slowakei in einem Pflichtspiel auseinandertreffen. So lange gibt es die Slowakei dann ja noch nicht. 2002 war das erste Testspiel in Graz, ein 2 zu 0, da war ich glaube ich im Stadion, das war ein sehr müdes Spiel. Und die letzten beiden Duelle, 2016 in Wien und 2021 in Wien, endeten jeweils mit einem torlosen 0 zu 0 unentschieden. Quali-Gruppen-Vibes. Ja, und am Samstag eben in Bratislava, was gibt es von Österreich? Wir wissen eh, da sind halt diverse Spieler von Rapid nicht dabei, diverse andere verletzte Spieler nicht dabei, Karlajic, Janotovic, Alaba, wie sie alle heißen, ist jetzt sicher nicht die bestmögliche Nationalteam-Auswahl, die wir derzeit haben. Aber wir spielen auf jeden Fall Samstag gegen die Slowakei. Und am Dienstag dann zu Hause gegen die Türkei, richtig. Man sieht schon, der Fabio Schopp ist ein richtiger Nationalteam. Ich habe jetzt nicht so viele Chancen gehabt, ich hätte nämlich einen Fakt. Ja, ich wollte auch noch kurz sagen, das habe ich vergessen, Marek Hamci, kennst du den? Ja, das würde ich sagen, der ist Teammanager, das war mein einziger Fakt, den ich habe. Weil wenn es um Napoli geht und die Slowakei, dann muss man, und schöne Frisuren, natürlich Marek Hamci ins Spiel bringen. Hat Thomas Seidel eigentlich die Frisur von Marek Hamci oder hat Marek Hamci die Frisur von Thomas Seidel? Bitte jetzt abstimmen. Da machen wir Abstimmung. Auf Spotify. Marek Hamci ist tatsächlich Teammanager der Slowakei seit September 2023. Und ja, das war eigentlich meine Info, die ich dazugeben wollte. Ich kann doch was adden, der hätte nämlich auch Co-Trainer bei Napoli werden sollen. Er war ja die Legende dort bei Napoli und hat dann aber im letzten Sommer seine Kehre beendet. Er hat zuletzt in der Türkei gespielt. Bei Trap. Der Trap Zonspor meinst du, oder? Ja, aber Trap sagt man so. Ah, Trap sagt man so, oder? Okay, alles klar. Gut, ja, das war's im Großen und Ganzen dazu. Also, wer sich das anschauen will, viel Spaß. Ich glaube ich nicht. Wird im Web übertragen. Stimmt gar nicht. Ich schaue mir das wahrscheinlich an. Ich bin ja auf Trainingsplaner. 23. März. Da schauen wir das an. Slowakei, Österreich. 18 Uhr. Und am 26. März Österreich gegen die Türkei im wunderschönen Ernst-Happel-Stadion. Ah, übrigens, das wollte ich natürlich sagen. 20.45 nicht ausverkauft. Also, wer noch Tickets kaufen möchte. Das Türkei-Spiel ist nicht ausverkauft. Das wird sich ein gefühltes Auswärtsspiel werden. Also, ich habe letztens gelesen, Ralf Rangnick war nicht glücklich, oder? Nein, wird schon nicht glücklich gewesen sein, dass es eben nicht ausverkauft ist. Okay, aber ich habe mir immer gedacht schon, dass es ausverkauft ist, weil einfach sehr viele Menschen in Österreich leben, die irgendwie türkischen Background haben, irgendeinen Migrationshintergrund oder so. Und deshalb habe ich gedacht, dass das wahrscheinlich viele Leute anziehen wird. Das ist ja auch bei Testspielen immer wieder, oder? Wenn Gardazarei oder Fenerbahce, die größeren Klubs spielen, sind sehr viele Fans der Vereine auch hier in Österreich. Beheimatet. Genau, also das, wer es nicht mitbekommen hat, es ist jetzt durch die Gazetten gegangen, wie man so schön sagt. Also, ich bin gerade in der Saalplanbuchung, da gibt es noch einige. Okay, dann kauf dir was. Aber könntest du auch akkreditieren eigentlich. Na, dann akkredit die lieber. Ist billiger. Du, aber was ich noch sagen wollte, es ist durch die Gazetten gegangen, nur der Vollständigkeit habe ich, für die es nicht mitbekommen ist. Stevie Leiner ist wieder dabei bei Nationalteam, das ist natürlich sehr erfreulich nach seiner Krebserkrankung. Auch bei Gladbach schon wieder im Einsatz gewesen. Das freut uns natürlich sehr. Eine gute Option für Rechts, Schiene oder Viererkette. Also beides eigentlich. So, weiter. Das DBLDW Auge Nein, nein, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Dankeschön. Bitteschön, muss ich jetzt wieder sagen. Bitteschön. Dankeschön. Schön, Klaus Augendaler. Tocci Cukwani heißt der neue Mittelfeldmann von Sturm Graz. Ab Sommer wechselt aus Dänemark nach Österreich. Kurzer Burner-Gag. Sturm Hatz mit denen. Ja, ist gut. Da finde ich wirklich gut. Ja, geht? Okay. Ich habe tatsächlich hin und wieder so Witze, die ich lustig finde, wo ich aber nicht laut lachen muss dann. Okay. Also für alle, die das Video sehen, ja, er lacht. Nein, aber jedenfalls Tocci Cukwani, ein zentraler Mittelfeldspieler, kommt von Lingby heißen sie, glaube ich. Heißen ich so? Ja. Und was glauben wir, wen er ersetzen soll, was er ergänzen soll? Lingby BK heißen die, ja. Ergänzen wird auf alle Fälle die Breite im Mittelfeld, weil ich schätze mal, dass Spieler wie Hirlander nächstes Jahr nicht mehr an Bord sind werden. Vermutung jetzt. Ah, Hirlander schaut noch Verlängerung aus, als er zum Wort heißt. Ja. Okay. Er ist sein eigener Manager. Weil er ordentlich zwei, drei Schritte eigentlich jetzt, er war Kapitän, Stammspieler und jetzt sehr wenig Spielzeit. Aber er hat jetzt zumindest einen Ansatz in Lille gehabt, aber wir wissen schon, das war eher so. Na klar, aber es war eher so ein Abstellgleis gefühlt und es war ja dann doch die letzten Jahre so, dass der Trainer Ilzer oder auch der Sportdirektor Schicker dann immer wieder Spieler, die doch einen großen Status hatten. Also ich nehme als Beispiel Janscher, die dann nach zwei, drei Jahren schon ausgetauscht wurden oder, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn da die Formkurve hingeht, dass der vielleicht wechselt. Mein Brass war Thema. Ich glaube halt, dass niemand die kolportierten sieben Millionen oder was da im Netz gestanden sind, zahlen wird für ihn, weil er auch keine 18 mehr ist, weil er trotzdem ein österreichischer Spieler ist, der das sehr gut macht, aber wo du halt nicht so viel Geld hinlegst, das zahlst du dann eher für einen Stürmer. Wie ist der Brass für die, so drei, vier Millionen waren? Ja. Ich kann ja auch verstehen. Und die Frage ist, ob ich den Sturm für drei Millionen ziehen lasse, weil er schon Ja, die Leute wahrscheinlich den nächsten Schritt machen. Viele Angebote hat es im Sommer nicht gegeben, was man gehört hat, demnach wird das schon auch damit zu tun haben. Und, ja, sonst wird man sehen, welche Spieler den Verein verlassen oder was sonst der Plan ist, aber der Neuzugang schaut auf jeden Fall, ich habe mir jetzt nur einmal ganz unprofessionell ein Highlight-Video, ein 10-minütiges angeschaut. Ah, das ist nicht so unprofessionell, das mache ich immer so. Also, ja, ich sage, wenn du bei dem Highlight-Video nicht gut ausschaust, dann ist es nicht generell, welche falsche Sportart. Demnach, ja, finde ich es jetzt nicht so aussagekräftig, aber er schaut halt gut aus, er schaut physisch, er ist groß, robust, ist auch so, wie das in Sturmkreisen immer genannt wird, sehr raumgreifend mit seiner Spielweise, sehr wuchtig, kann kicken. Ja, bin ich gespannt. Glaubst du eher so 8 oder vielleicht sogar Richtung 6? Vielleicht so, weil Serrano hat ja nicht funktioniert zum Beispiel, den gibt es nur immer, aber der hat ja kaum gespielt. Ja. Aber hier Lender ist glaube ich ja gut. Ich glaube, dass er auf alle Fälle ein bisschen eine neue Komponente reinbringt. Du hast jetzt mit Horvath auf der Acht, er ein Spieler, der spielerisch die Dinge löst, wobei er auch von den Videos, die ich jetzt gesehen habe, auch mit dem Ball ganz gut agiert. Aber da brauchen wir nicht zu viel reden, wir werden es dann sehen, wenn es wirklich drauf ankommt. Wir haben übrigens vom Team Raiola beraten, also von dem leider bereits verstorbenen Mino Raiola, weitestgehend diese Gruppe, wo ja glaube ich die Ehepartnerin das mehr oder weniger übernommen hat und auch andere, hätte er jetzt auch U21 gespielt für Dänemark gegen Ried dieser Tage, äh in Ried gegen Österreich so, ist aber angeschlagen und ist aber Stammspieler grundsätzlich bei Lingby und ich finde es ganz interessant, du siehst halt, wie sich das so halt dreht. Natürlich ein dänischer U21-Nationalteam-Spieler kommt natürlich derzeit relativ gerne zu Sturm. Wir wissen, es hat mit Hollon begonnen, Böwing, Biref, da geht es halt dann dahin und das ist so wie halt vielleicht Salzburg, Mali oder so. Gut, jetzt haben wir das andere. Ja, das ist ja nichts weit hergeholtes, dass du als Verein irgendwo an Schwerpunkt setzt und sagst, das sind meine Regionen, wo ich mein Scouting intensiviere. Ja, bei Sturm dürfte es ganz klar der skandinavische Raum sein. Und es schafft ja auch, es schafft ja auch Vertrauen, oder? Ich meine, das sind ja Dinge, die verbreiten sich total easy. Also du siehst dann genau, aha, Sturm Graz kriegst dann mit in Dänemark. Das war der Verein, wo das passiert. Dasselbe gilt für mich für WRC mit dem israelischen Markt. Also die haben Israelis geholt, aber jetzt dann, also mit Weismann, Paribu, jetzt aber auch genauso mit Bamba, der aus der israelischen 2. Liga zum WRC gewechselt ist. Das kriegt man halt mit. Aus der Klagenfurt fällt mir ein, die sind sehr stark in der 3. Liga in Deutschland unterwegs. Das hat der Gurenzel vor einigen Wochen oder Monaten auch offen angesprochen, dass das ein interessanter Markt ist. Da gibt es einfach immer wieder Märkte, das gibt dann Sinn einfacher. Ja, und was man nicht unterschätzen darf, auch vollkommen logisch, es ist ja nicht immer Rocket Science, sondern du hast ja dann oft ein gutes Verhältnis zu dem einen oder anderen Berater und der ist natürlich in diesem Raum gut vernetzt. Und ja, dann bietet der dir mal einen Spieler an oder du suchst ein gewisses Spielerprofil und der ist dann fündig in der Region. Also da gibt es schon mehrere Gründe, warum das so ist. Übrigens, weil wir Mittelfeldspieler sind und bei Transfermarkt, was ich auch gelesen habe, schaut wohl so aus, als ob Rabit die Option bei Jansson zieht. Die liegt wohl bei ungefähr 250.000 Euro, ist kolportiert. Gerade nach der letzten Leistung gegen Lask. Absolut nachvollziehbar. Das letzte Mal, als bei einem Spieler die Option gezogen worden ist, wo er gut performt hat, war glaube ich Marin Lubitschitsch. Seitdem gefühlt nicht mehr so oft getroffen. Du meinst, Optionen ziehen ist kein gutes Team? Nein, es ist... Ich finde es nur gefährlich, eine Option zu ziehen, weil jemand einmal gut spielt. Achso, das meinst du ja. Wobei die 250.000 sehr überschaubar sind. Gut verhandelt, muss man sagen. Das habe ich mir auch gedacht. Gut gemacht von Markus Katzer. So, wer stellt die meisten Kicker fürs Nationalteam ab aus der Admiral-Bundesliga in dieser Länderspielpause? Ich dachte, es sei Salzburg. Es tut mir leid, ich habe Struber zitiert in einer Folge vom Dienstag. Tatsächlich sind es allerdings nur 10 Fußballer bei Salzburg. Es sind Anilik und Schlager in Österreich. Dedic in Bosnien-Herzegowina. Liebe Grüße an dich, Schaupovic. Amar Koforsan ist da für Ghana auflaufen. Oskar Kloch für Israel. Mama Di Diyambu und Dauda Guindu und Dorgeles Nene spielen mit Mali. Karin Konaté für die Elfenbeinküste und Strahinja Palovic natürlich für Serbien. Und wer hat aber 12 Spieler tatsächlich abgestellt? Ich habe gedacht, der WRC, weil die so viele U21-Spieler haben. Nein, es war Sturm. Es war Sturm. Wobei man dazu sagen muss, es sind 12, aber es sind dann tatsächlich nur 11, weil nämlich einmal die Kamera, wir haben beim Mali U23-Team dabei gewesen mit einem Testspiel in Japan, erhielt allerdings kein Visum. Im Gegensatz zu anderen Mali U23-Spielern aus unserer Lieblingsliga, die da heißen Sangaré Hartberg und Diarra WSG. Die sind dabei. Ganz schön viele Kicker aus Mali. Das ist praktisch eigentlich. Wenn du jetzt U23-Verantwortlicher-Scout von Mali bist, am Wochenende Skyschau in Österreich, passt. Das hat er gesehen. Das ist ganz gut. Wobei der Diarra war ja eigentlich verletzt vor kurzem auch. Ja, aber es ist schon wieder ein, zwei Wochen im Training. Ja, schönen Training. Wäre auch ein Thema gewesen jetzt am Wochenende in der Startelfe. Okay. Ja, und bei Sturm noch zur Vollständigkeit, weil wir jetzt alle bei Salzburg aufzuholen. Also Pras ist im österreichischen Nationalteam dabei. Goran Stankovic wie immer bei Slowenien. Horvath auch wieder bei Slowenien mal. Auch nachvollziehbar nach den letzten Wochen. Kitisvili üblicherweise Georgien. Gazibegovic bei euch Schaupovicis. Jarosch erstmals im A-Team. War ja U21 letztes Jahr auch Euro gespielt. Aber, ja, Mika Birev, U21, Böving, Czata. Czata war ein bisschen eine Diskussion, dass der zur kurzen Fit ist und trotzdem für Norwegen schon auflaufen soll. Max Johnston, Simon Vodarcic und Leon Grigic. Und dann gibt es noch Luka Maric, der auf Abruf steht. Aber auf Abruf fange ich jetzt nicht an. Genau. Ja, spannend. Verzeiht mir bitte alle anderen Fans von anderen Vereinen. Ich habe jetzt nicht alle ausgesucht. Ich habe jetzt einfach die Top 2 ausgesucht. Mit einem slowenischen Spielerberater rund längst gesprochen. Und er hat mich gefragt, wie Stankovic so spielt bei Sturm. Ich habe gesagt, ja, gut. Und er hat gesagt, ja, im Nationaldemen ist das eine Katastrophe. Also Horvath sehr gut, aber im Nationaldemen hat er gesagt, überhaupt nicht positiv aufgefallen. Aber wirklich? Spannend, ja? Ja, weil du sagst, du hast es nicht offen. Ich habe den Wert C noch rausgesucht, warum auch immer. Bitte. Altonaschvili ist bei Georgien dabei. Wird dort spielen. Und bei der U21 Erwin Omic, Bernhard Zimmermann und Tiano Pallo. Die ja in der Qualifikation für die U21 Europameisterschaft 2025 feiten, die wo stattfindet? Bosnien-Herzegowina. Yes. In Zenica. Achso, okay. In der Slowakei. Spiele am 22.03. Ritten, also morgen, Freitag, 20.30 Uhr in Ried, wie du schon angesprochen hast. Und weil wir den Wert C jetzt da in den Mittelpunkt rücken, der U18-Spieler Thomas Schandl ist dabei, Kapitän des 17 Nationalteams. Und auch Kenan Muharremovic spielt mit der U19 des Nationalteams Bosnien. Kenan Muharremovic. Ich glaube, das war dein bisheriger TikTok-größter Erfolg. Du, wir gehen weiter. Wir haben ein Update insofern, als dass wir noch einmal darauf eingehen möchten, wer, lieber Fabio, ist alles im unfassbar großartigen Superduper. Du bist morgen der nächste Ralf Hasenhüttl-Pro-Lizenzkurs Österreichs. Ja, wir sind ja, kann man sagen, ein bisschen spät dran. Ist schon vor gut einer Woche herausgekommen. Wir haben es dann aber nicht angesprochen, weil eben so viele Themen rund um Quali-Gruppe, Meistergruppe, Tabellenteilung angestanden sind. Es sind 13 Trainer und Trainerinnen, also beziehungsweise 12 Trainer, eine Trainerin. Und sehr wenige im Verhältnis zu sonst. Wer ist die Trainerin nochmal? Das haben wir letzte Woche nicht mehr angesprochen. Es ist die St. Bölten-Trainerin Lise Brankau. Genau, ja. Als dritte Frau nach Teamchefin Irene Fuhrmann und Maria Wolf, ist sie Teilnehmerin an der höchsten Trainerinnen-Ausbildung in Österreich. Ist auch schön, muss man dann auch nicht mehr Trainer-Ausbildung sagen, sondern muss man dann Trainer-Innen-Ausbildung sagen, weil ja auch Frauen dabei sind. Es gibt, wie gesagt, nur 13 diesmal. Grund ist, dass man ein Aufnahmeverfahren hat, was relativ kompliziert ist und auch nicht so günstig, nur dass man teilnimmt überhaupt an diesem Aufnahmeverfahren. Man muss eine Mindestpunktzahl erreichen, um dort überhaupt reinzukommen. Das heißt, man probiert da halt nochmal die Spitze zu evaluieren, zu fördern, je nachdem. Und hat jetzt eben 13 Trainerinnen in der Auswahl. Bauer Wilko, Beichler Daniel, Branzau, Lise, Liese, ich weiß nicht, wie spricht man sich da vorne einmal aus? Weißt du das? Okay. Duran Sagan, Ennengel-Patrick, Gizov-Alexander, Klavokko-Dominik, Hauser-Alexander, Kulowicz-Stefan, Mayhofer-Stefan, McCormick-Marc, Pavlovich-Luker und Riederer-Philipp. Ich mag das, wie du das umgekehrt aussprichst. Das ist so österreichisch. Der Schaub-Fabio, der Wagner-Kapeta. Ich habe das von der ÖFB-Seite zuvor gelesen und deswegen. Nein, Basti, aber nicht uninteressante Leute. Also mein Fitness-Interpater Sagan Duran eben unter anderem dabei. Aber Daniel Beichler, auch ja hochgehandelt immer wieder bei Salzburg als großes Talent. Ehemaliger Hertha-Legionär und Sturm und Ried und Worte übergekickt. Am Ende St. Pölten dann. St. Pölten, genau. Aber im Endeffekt die beste Zeit bei Sturm gehabt. Mayhofer natürlich eine Legende auch, muss man sagen, des österreichischen Fußballs. Ich stelle mir den als Trainer sehr interessant vor, weil der hat schon eine Begeisterung. fähige Art und kommunikativ sehr stark, könnte ich mir gut vorstellen auch. Ja, wie auch immer. Spannend. Ja, es sind einige dabei. Von den 13 sind ja drei aus dem Red Bull-Umfeld mit Bauer Wilko, der auch in der Akademie-Trainer ist und Alexander Hauser, der ja Co-Trainer bei Red Bull Salzburg ist. Also, ja. So, und dann noch ein weiterer Punkt. Lieber Fabio, wie viel wird uns die künstliche Intelligenz uns Trainer, nein, den Trainern, den TrainerInnen, um da weiterzudrehen, Tipps geben können oder Unterstützung geben können in Zukunft. Es hat da eine nette Geschichte gegeben, ich habe sie auf Science.org gelesen. Künstliche Intelligenz gibt Eckball-Tipps. Das Unternehmen Google DeepMind hat ein System entwickelt, das Fußballteams mit taktischen Vorschlägen und Vorhersagen über den Gegner zum Sieg verhelfen soll. Um das System, das auf künstliche Intelligenz basiert, zu trainieren, holte sich das Entwicklerteam Unterstützung vom FC Liverpool. Vorher ist das System ausschließlich auf Eckbälle ausgerichtet. Die Fachleute von Google DeepMind nutzten über 7000 Eckball-Datensätze von Liverpool aus vergangenen Premier League-Saisonen, um es zu trainieren. Ja gut, es klingt natürlich logisch, dass das auch dafür verwendet wird. Man weiß, Daten sind überall und auch die KI ist überall. Wie weit kann denn das gehen? Das ist eine gute Frage, aber ich sehe es so, wie es jetzt auch schon ist. Es ist unterstützend sehr gut. Es wird aber nicht den menschlichen Aspekt wegnehmen. Also KI oder generell künstliche Intelligenz ist sehr gut mit Inhalt und mit Beispiel Daten zu füllen, aber tut es sich noch relativ schwer, den Kontext zu Sachen zu finden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Welche Daten, welche Werte sind dir wichtig als Verein? Welche Erhebungen möchtest du haben und was sind deine Schlüsse, die du daraus ziehst? Ich kann nach dem Spiel gefühlt jede Statistik als Bundesliga-Trainer belegen. Ich sehe sie, ich habe die Zahlen, ich habe die Daten. Ich kann mir alles schön reden, wie ich möchte, weil ich wirklich in jedem Bereich Punkte damit untermauern kann. Aber die Frage ist, warum werde ich dadurch besser oder wo hilft es mir? Und ich glaube, um das kommt es darauf an. Und ja, das ist so das Thema. Sicher hilfreich, aber wird jetzt nicht irgendwas ersetzen. Aber es ist klar, dass es ein Teil davon ist und das ist es jetzt auch schon. Ja. Schön, spannend. Wir gehen weiter zu unserem... Der DBLDW Alumni. Alumnus. Und der Alumnus diese Woche ist richtig. Patrick Hasenhüttl, er hat seine aktive Karriere beendet, war ja bis Sommer bei Austria Klagenfurt aktiv, ist dann zum HFC gewechselt, zum Halleschen FC, hat dort nur die Rolle eines Einwechsspielers eingenommen, wäre eigentlich noch im besten Fußballalter, mit 26 Jahren, aber hat sich jetzt dafür entschieden. Die Schuhe an den Nagel zu hängen, wie man so schön sagt, wurde immer wieder von Knie- und Hüftverletzungen begleitet. Einmal erwischt er ein pfeifisches Drüsenfieber, schreibt Peter Linden. Danke, Peter Linden, für deine Informationen. Und hat auch schon die ersten Trainings geleitet mit Ralf Hasenhüttl beim VfL Wolfsburg. Hasenhüttl Senior sagt ganz klar, es geht um den Klassenerhalt. Niko Kovac wurde dort unlängst von seinen Aufgaben entbunden und in der wahrscheinlich hässlichsten Stadt Deutschlands, bei einem der sympathischsten Vereine Deutschlands. Ich habe dich mal kennengelernt dort. Ich habe sogar mal gearbeitet. Weißt du, dass ich für VfL Wolfsburg einmal gearbeitet habe? Ich habe dort einmal in Budapest ein Interview mit dem Herrn Fakaschinski, einem legendären Trainer aus den Frühzeiten des Wolfsburger Fußballs, die 70er oder wie auch immer, habe ich ein Interview gemacht und ich war dort tatsächlich nicht Fragensteller, sondern, richtig, ich war Kameramann. Meine große Leidenschaft. Und das haben wir sogar geschnitten und so. Ich habe da durchaus geholfen. Wolfsburg ist wirklich sehr sympathisch. Also der Verein ist echt ganz cool und sehr professionell aufgestellt. Natürlich sehr VW-lastig und sehr VW-interessant. Ich habe dort auch diesen Meisterhügel mal inspiziert, diesen berühmten Felix-Magath-Meisterhügel. Jedenfalls dort ist jetzt Patrick Hasenhüttl, wie gesagt, der der ersten Trainings schon geleitet. Es gibt noch einen Briten als weiteren Assistenten, nämlich Craig Fleming. Und ja, schauen wir mal, wie er sich da tun wird. Ich habe ihn versucht, ihn noch zu erreichen. Leider, wir waren da leider zu kurz vor sich dran. Aus dem muss man immer dazusagen, wenn man versucht, jemanden direkt. Es kann nicht mehr sein, dass die Pressestelle dazwischen funktioniert. Nein, das darf man nicht. Ich weiß, warum er nicht abgehoben hat. Er mag keine österreichischen Nummern. Nein, er ist kein echter Alumnus. Der hat ja nie für die österreichische Bundesliga gespielt. Ich finde es so schön, dass du sagst, für die österreichische Bundesliga spielen. Ja sicher, das ist ja wie... Also ich würde auch lieber für die österreichische Bundesliga spielen. Das ist ja eigentlich das richtige Nationalteam spielen. Ja, so ist es. Nationaldeca nix, aber wenn du mal an Einsatz in der österreichischen Bundesliga... Dann hast du es geschafft. Verstehst du? Ja, so ist es. Ab mir gerade Bundesliga wollen die Jungs spielen, die jetzt klein sind und irgendwann groß werden. Er sagt, das ist dein FÖ einmal. Ich möchte einmal in der österreichischen Bundesliga spielen. Sagt er das immer? Ja, schon. Ja, denke ich immer. Auf jeden Fall, Kärntner Liga hat er vier Einsätze. Ja, stimmt. Der FC Kamp war im Kader, er hat nie in der Bundesliga gespielt. Deswegen hat er gesagt, er hebt nicht ab und schon gar nicht bei einem Kameramann. Ja, er hat alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Gut, aber ganz interessant auch, übrigens, was der Kollege Linden auch schreibt, die Konstellation mit Vater, Chef und Sohnassistent gab es schon beim ehemaligen Austria-Meistertrainer Christoph Daum. Sohn Marcel war beim 1. FC Köln, bei Fenerbahce Istanbul, Eintracht Frankfurt und beim rumänischen Nationalteam als Wiederumlist an seiner Stelle. Perfekt. Gut, dann wolltest du nur irgendeine Verlängerung aus Blau-Weiß, aus Linz bekannt geben? Hashtag DBL-DW. Fakten-Hagel. Ja, genau. Briedl verlängert bis 2026. Badadabam. Dann Bundesliga-Topscorer Sinan-Karweiner ist seit Dienstag wieder im Teamtraining und wird am Freitag gegen den GK im Testspiel vermutlich am Feld stehen. Das war jetzt Hagel. Ah, okay. Dann muss ich was revitieren von letzter Folge. Mir hat jemand geschrieben, Fabio, du hast da einen Blödsinn gesagt, weil ich habe behauptet, du hast behauptet, dass das Stadion von Blau-Weiß-Linz im Bezirk Lustenau ist. Und ich habe gesagt, das kann schon sein, dass die noch einmal spielen, wenn der Lask gegen Lustenau im Europacup-Playerhoff aufeinandertreffen, was natürlich ein Blödsinn ist, weil der Lask hat das Stadion nicht im Bezirk Lustenau. Wie auch immer. Ja, es heißt halt, die Kastrate ist nicht beim Lask-Stadion. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, so, ja. Freitag und Samstag, Austria-Café letztmalig geöffnet, nämlich Austria-Lustenau, da gibt es den Abschied aus dem Austria-Café. Am Blauen Platz schließt er seine Pforten mit dem Umzug der Geschäftsstelle ins Reichshof-Stadion. Deswegen alle Freunde aus Vorarlberg, die da noch einmal hinwollen, Freitag und Samstag ab 9 Uhr geöffnet. Apropos Vorarlberg, das 199er-Spiel des SCR Alltag begeisterte wieder das Publikum. Der Event-Klassiker bereitete 200 Gästen einen tollen Abend. Da gibt es wundervolle Fotos. Lukas Jäger war irgendwie Koch und Spieler, war ein Kellner und das ist wirklich großartig. Joachim Standfest muss lachen. Also das ist auch eine schöne Geschichte. Und weil du was berichtigt hast, falls er uns hören sollte, liebe Grüße an Edel-Blau-Weiß-Fan Richard Turkovic. Ich bin immer wieder begeistert, wie oft ich etwas falsch sage und er es, er mich ausbessern muss und uns trotzdem weiterhört. Danke, lieber Richard. Die Tiroler-Liga wäre die fünfte Liga-Stufe und nicht die vierte, wie ich fälschlicherweise behauptet habe. Weil die vierte Liga die Regionalliga Tirol ist, was komplett obsolet ist, weil eigentlich die Regionalliga die dritte Stufe, also ja. Das ist ein bisschen komisch dort, ja. Er hat es sehr geschrieben, Tirol ist komisch in that regard. So ist es. Dir hat er zumindest dann recht gemütet. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, so viel dazu. So, und was auch noch komisch ist, das ist der TBL-D-WWW-Link-Tipp der Woche. Einfach reinschauen, wie man als Reporter vielleicht nicht Spieler interviewt. Mhm. Es ist Sportjournalismus at its best. Das ist ein Vorbild für mich. Genau, okay. Passt, ich glaube, das war's. Wir sind durch. Du hast die letzten Worte. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt. Die 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 beste Liga der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020